Das ist, weil du hast schon eine Metallachse, ich ne? Auf du! Was? Du brauchst ein bisschen Holz. Wieso? Ja, weil wir noch brauchen. Ich hab nicht so viel geholt. Du nimmst den Opfer mit und sagst, ich soll den Holz nehmen. Ja, hol mit einem Raubbohr. Das ist viel, Mann. Die haben alle 100 Tragen. Das ist kalt. Die haben alle 100 Tragen. Ich, ich hab keine grosse Tasche über die Zentrale für Phänikon. まぁ, ich habe keine Ahnung, wie sie positionieren. die sind mit 5.0, der ist. Sie haben sie ja im Bereich. Wann wie sie also? Ich bin sofort, dass sie nur ein ZEW haben. Ich habe keine Ahnung, dass ich das, wenn ich das nicht mache. Was ist denn mit den Dreseratops eigentlich? Wir haben ja wieder auch was vergessen. Oh ja stimmt Digga, lebt er noch? Ja. Ich finde so, wenn man einen Dreseratops hat, dann fängt so richtig erst an das Game, weißt du? Weil Dreseratops ist so das Hauptding, weil du so damit am meisten machst, weißt du? Ja. Ist so auch, Digga, das ist beides, das ist so ein Rauch und ein Säuge, man eigentlich. Jaja, halt so kraftiger, aber kann auch so... Ja, ich finde kein Metall mehr, what the fuck? Ja, weil ich alles abgeholzt hab. Oh Digga, so ein Dreckvieh rennt mir die ganze Zeit von den Füßen rum, Alter. Digga, da ist so ein Dinosaurier, der rennt mir einfach die ganze Zeit vor meine Füße rum. Ja, hast du jedes scheiß Metall hier abgelöst, Digga? Ja. Hier ist einfach nix mehr, Digga. Ja, übertreib nicht, Mann, lass mir doch was übrig. Ja. 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 Da hab ich ja wenigstens. Ich hol doch mehr Fleisch. Puh. Wollen wir dann gleich mal mit ner Armbrust zusammen ne T-Rex, äh, 10? Ja, kann man. Lass es noch machen und lass morgen weiter machen, weil... Ne, ne, ne. Hab irgendwie noch Bock irgendwas anderes zu machen. Eigentlich wollte ich jetzt noch mit einem Kollegen zocken, aber ich hab grad mehr Bock auf Ark irgendwie. Was ist morgen, spürst du morgen irgendwas an, ne. Normalunterricht. Normalunterricht morgen, ne? Ja. Ja, ja. Er ist das IES dann... Ahh, IES doch bitte, Digga. Diese eine Stunde IES so unnötig. Mit diesem Wichser, Junge. Digga, da gibt mir so... ich bin aber auch der uns angeschissen hat ja aber wie ein Diktator alter was ist so ein Typ so ich ihr gehört und mir ihr ihr gehorcht mir so richtig Digga was ein Typ ey ich meine man darf halt den Kindern so Angst machen aber ich glaube so viel Digga da soll er erst mal auf sich selbst klarkommen alter was ist mit diesem Typ ey der überdreckt seine Lage kommt nicht da sind auch wenn sie nicht 80 Jahrhundert wo man die Kinder noch geschlagen hat in der Schule Frau Ortebrauch ich bin der Gabo ist in unserer Zutaten er ist aufgestanden Der ist weg! Junge, da liegt ein Gerücht, Junge! Der ist weg, Digga! Du, Hund! Ah, da hinten liegt er! Weißt du noch, wo wir eine andere Base von jemanden angegriffen haben? Der hatte so viele Tiere, wir haben die einfach auf so Dings geh... Wir haben extra so Tiere da hinkommen, damit wir den angreifen und damit wir uns lernen, Digga! Ja, ja, meint du, meint du diese, ähm, Base-Russo... Eigentlich kann man den ARG auch richtig gut trollen. Ja, 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 haben wir ja gemacht, das war auch richtig geil, aber das geht nur, wenn richtig viele drauf sind. Ja, ja, wir müssen mal auf dem Server mit 60-70 Leuten, Digga, und dann eine Base finden und dann, wir uns eine Armbrust bauen... Ne, 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 wir machen immer so richtig die Lost, ne? Wir sagen, wir können, kannst du uns in deinen Stamm einladen und dann klauen wir dem alles, Digga! Oder? Ey, jetzt könnt ihr das machen! Ey, wollen wir dich schnell machen? Ja, komm, gleich! Lass mal, lass mal so auf... Warte, wir müssen den Triceratops erstmal zu Ende jetzt jetzt hier. Und dann können wir ja verlassen. Den Rex kann wir dann morgen machen. Ja, ja, klar, genau. Ja, machen wir den morgen. Weil, da hätt ich richtig Bock drauf, dann zu sagen, ey, lad uns in deinen Stamm ein. Digga, ich werd alle Tiere, keine Ahnung, auf dir wieder berufen. Ja, so auf einsetzt, Digga, das ist einfach kein... Okay, stell mal die Raptor hier hin, beide auf dein Ziel angreifen. Beiden machst du das auf dein Ziel angreifen? Ja, der ist doch schon, oder? Boah, ich glaub, der braucht ganz schön lange in der Triceratops, Mann. Naja, übel. Ey, hol mal, solange der noch liegt, noch mehr Narcobären, Mann. Ich mach das mal. Ja, mach das mal. Ey, bei diesen Typen nur auf Gewicht geht, ne? Ja, ja. Das ist unser Tragopfer. Einfach der Packesel, Digga. Nein, Digga, Clash of Clans. Mein Dorf wurde einfach angegriffen. Diese Huren zu... Ja, ja. Nein, Digga, Clash of Clans. Mein Dorf wurde einfach angegriffen. Diese Huren zu... Ich meine, er wurde auch heute Morgen angegriffen, Digga. Ich hab den nur in so einen Zurück angegriffen. So ein Chinese, Digga. Zockst du das auch? Ja, natürlich. Welches Ding bist du? Welches Rathaus? Rathauser wird neun. Was, Digga? Naja. Kann man Spieler suchen, weil ich würd' das gern mal besuchen, ich würd' gern mal sehen, wie er ausgerommen ist. Ja, du musst da eigentlich gehen. Gebein? Wie heißt das denn? Blackscreen, glaube ich. Ja, warte, ich muss jetzt mal gucken, wo. Wo? Oder in welchem Clan bist du? In welchem Clan? Im, im Dings, im Sei Leise Clan. Hä? Warte, wer ist denn da noch alles? Ich, Dennis, und sein Bruder. Manchmal kommen random Leute rein in die Kickmännern. Digga, ich hab das früher, mal von ganz früher, äh, mal gelöscht, weil ich so ausgerastet bin, immer wenn mein Dorf angegriffen wurde. Du musst einfach online bleiben, dann kannst du auch nicht angegriffen werden. Ja, moin, Digga. Einfach den ganzen Tag dran sitzen. Ja, ja, du musst dann wirklich den ganzen Tag einfach dein Handy anlassen. Kannst nie angegriffen werden. Ja, sag mal kurz, wie der heißt. Ja, wo kann ich denn, wo kann ich denn überhaupt suchen, Digga? Warte, ich lass dich rein. Im FC Bolzer Clan bin ich sogar noch besser. Sag mir dann mal ganz kurz, ob meine Base so gut ist, wie sie ist. Ja, ich hab da selber nicht Erfahrung. Mein Cousin hat mein, äh, ArcGround jahrelang selber weitergemacht. Dann hab ich's irgendwann mal einfach bekommen wieder zurück von ihm. Jo, Joel ist auch drinne. Mhm. Rocketfly ist auch drin, warte, besuchen. Mhm. Guck mal hier. Haha. Richtiges Anfängerdorf. Ja, halt drauf, Digga. Nee. Ja, wenn ich jetzt auf 1 gehe, ne, und das ist auch so richtig... Guck mal, wie viele, guck mal, wie viele Dings ich hab, wie viele Diamanten... Du, ich, Digga, kannst du mir was spenden? Ja, ja, mach mal Verstärkung, ich spend dir. Ey, ich spend mir mal so'n geile... Kann ich das dann immer anwenden, ne, ne? Nee, nur, wenn ich es dir dann immer spende. Ey, wie viele Bauarbeiter hast du, ich hab fünf. Bauarbeiter? Ja, und wie viele Soldaten? Digga, ich hab zwei. Wie heißt es? Ja, ich hab zwei.